. . . . Hey, Stefan! Stefan, mit den 9 Millionen hat es leider nicht ganz geklappt, aber wir sind nah dran. Ja, nah dran ist auch vorbei, Elton. Ich mach nix mehr. Okay, aber eine Rechnung ist noch offen. Was für eine Rechnung soll denn noch offen sein? Regina Halmich! Bleib mal locker, Elton. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ein brutal schlechter Schauspieler bist? Regina Halmich! Regina Halmich hat dir gesagt, dass du ein brutal schlechter Schauspieler bist? Du musst noch mal gegen sie boxen. Ich hab sie schon zweimal vermöbelt, Elton. Nee, nee, nee. Sie hat dich schon zweimal vermöbelt. Okay, kann sie am 14. September... Warte. Ja, hallo Regina. Sag mal, hast du am 14. September Zeit, dem Rat noch mal ordentlich die Fresse zu polieren? Okay. Sie kann. Und besser ist, du kommst. Sonst komm ich dich holen. Aber im Ernst, so kannst du dich nicht blicken lassen. Guck mal, wie du außen... Ja, guck mal, wie du aussiehst. Nee, Stefan, komm. Ein bisschen Training muss drin sein. Hopp. Kein Bock. Kein Bock Tme Untertitelung des ZDF für funk, 2017